Musik Man kennt uns. Weltweit, aber überall ein bisschen anders. In Deutschland und Europa sind wir seit Jahrzehnten unzertrennlich mit dem Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte verbunden. Und auch weltweit sind unsere Koboldstaubsauger und die Thermomix Küchenmaschine fester und langjähriger Bestandteil vieler Haushalte. Mit Lux Asia Pacific bringen wir unseren Anspruch und unsere Erfahrung im Direktvertrieb auch auf dem asiatischen Markt ein. Und mit Jafra Cosmetics sind wir vor allem in Nord- und Lateinamerika einer der größten Anbieter für hochwertige Kosmetik und Pflegeprodukte. Was aber viele nicht wissen, wir haben einmal als Hersteller erstklassiger Teppiche und Bodenbeläge angefangen und sind es heute noch. Mit der AKF-Bank sind wir außerdem verlässlicher Finanzierungspartner für den Mittelstand. Musik Und unser Schwesterunternehmen Hektars ist deutschland- und europaweit im Bereich Gebäudeservices engagiert. Wer also von oben auf uns schaut, der sieht eine diversifizierte und globale Unternehmensgruppe. Mit 2,8 Milliarden Euro Umsatz und über 10.000 Festen und mehr als einer halben Million freien Mitarbeitern im Vertrieb in über 70 Ländern. Und der mag sich gleichzeitig fragen, was genau verbindet einen Staubsauger mit einem Lippenstift? Und wie passen Teppiche und eine Bank in das Portfolio eines Unternehmens, das sich heute als Spezialist für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte und Kosmetika positioniert? Für eine Antwort auf diese Fragen kommt man am besten nach Wuppertal, an unseren Hauptsitz und das Herz unseres Familienunternehmens. Familie ist übrigens das Schlüsselwort, auf das sich bei Vorwerk fast alles zurückführen lässt. Seit der Gründung 1883 durch Karl und Adolf Vorwerk und bis heute sind wir ein Unternehmen in Familienhand geblieben, mit persönlich haftenden Gesellschaftern, die hinter allen Entscheidungen stehen und die sich nicht an den Anforderungen der Aktienmärkte oder an schnelllebigen Trends orientieren müssen. Sicherheit und eine langfristige Ausrichtung waren uns daher immer wichtiger als ein kurzfristiger Profit. Verantwortungsbewusstsein für die Menschen hinter unseren Produkten und eine Wahrung der eigenen Identität sind Kern unserer Unternehmenskultur. Dass wir ein menschliches Unternehmen sind, sagen unsere Mitarbeiter und bleiben uns meist überdurchschnittlich lang erhalten. Und vielleicht haben wir es gerade deswegen im Laufe unserer Geschichte auch immer gut verstanden, das Streben nach Kontinuität mit einer Bereitschaft zu regelmäßigem Wandel zu verbinden. Sei es zum Ergreifen neuer Wachstumschancen, zur Rettung des Unternehmens in Krisenzeiten oder aus purer Freude an Innovation. So ist über die Jahre und Jahrzehnte aus der Barmer Teppichfabrik Vorwerk & Co. der vielseitige Konzern erwachsen, der wir heute sind. Eines hat uns dabei immer begleitet, das Streben nach dem Besten. Auch heute richten wir unser ganzes Tun an kompromissloser Qualität aus. Und wir stellen sicher, dass vom Labor bis ins Wohnzimmer unserer Kunden an keiner Stelle auch nur ein Stück unseres Anspruchs verloren geht. Mit eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren als Quelle unserer Innovationskraft, die es uns erlauben, unsere Produkte so lange zu testen und an ihnen zu feilen, bis sie perfekt sind. Indem wir anschließend substanzielle Teile unserer Produkte auch in Zeiten der Globalisierung immer noch in Deutschland und Europa fertigen und so auf die Erfahrung von Generationen zurückgreifen. Und wir vertrauen schon seit Jahrzehnten auf ein Vertriebsmodell, das vor allem auf Menschen setzt. Auf Menschen, die sich vor allem viel Zeit für eine persönliche Beratung und den Dialog nehmen. Damit wir unseren Kunden vor, während und auch nach dem Kauf ein perfektes Produkterlebnis bereiten können. Und damit wir die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden direkt und ungefiltert in unseren Innovationskreislauf einfließen lassen können. Familie, Verantwortung, Qualitätsorientierung und der Wunsch, dem Kunden ein unvergleichliches Produkterlebnis zu bieten. Das sind die Werte, die bei uns selbst einen Staubsauger und einen Lippenstift, eine Küchenmaschine, einen Teppich und eine Bank verbinden können. Willkommen bei VORWERK!